Eigentlich schon. Also wir und Ernest haben schon fand ich den besten Fußball gespielt. Wir sind als schlechtes Turnier gestartet, aber am Ende war eigentlich schon so ein vorgezogenes Finale eigentlich und dann war es eigentlich ganz verdient eigentlich. Die Analyse ist, dass man so eine Niederlage manchmal braucht, um auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Die hat uns gar nicht wehgetan in dem Sinne. Also da war dann auch ein bisschen so dieser Lapsus war weg und da wir dann wohl wussten, jetzt müssen wir. Das haben wir super umgesetzt und dann hat man ja auch, denke ich, glaube ich, konnte man sehen, wie der Hamza eben auch sagte, gegen Edersheim. Das waren dann die zwei stärksten Mannschaften heute und da letztendlich, glaube ich, haben wir uns ganz gut auch behauptet und ich denke schon, dass wir verdient das Turnier gewonnen haben. Gerade im Endspiel haben die Jungs wirklich eine souveräne Leistung abgeliefert und ich glaube, das Ergebnis entspricht auch der Leistung. Also man muss sagen, dass wir eine relativ schwere Gruppe hatten heute mit dem Pokalsieger natürlich. Glückwunsch an meinen alten Freund Pelle und die Jungs, die ich aus Salzheim noch kenne, auf jeden Fall. Das haben sie sich verdient. Unser einziger Trost, warum wir nur Dritter geworden sind, wir haben den Pokalsieger geschlagen. Daher können wir erhobenen Hauptes, denke ich mal, mit dem dritten Platz nach Hause gehen. Für uns als Allemann, ja nicht als Kreis Oberligist, bei so einem renommierten Turnier, ist es natürlich immer eine Ehre, so weit zu kommen, dann den dritten Platz zu holen und natürlich, was uns immer schmeckt, Edersheim dann nochmal zu schlagen im 9-Meter-Schießen. Sehr gut. Also wir haben viel Fußball gespielt, der Ball ist gelaufen, fand ich und es gab wenige Grätschen wirklich, die wir unterbinden mussten und ich würde für mich sagen, wir waren da auch dann an Ort und Stelle und konnten reagieren und haben das auch gemacht und das wurde auch von allen akzeptiert und deswegen gab es heute keine größeren Streitigkeiten und es war sehr schön. Was hat man für Gefühle, wenn man so ein Prestigeturnier gewinnt? Das ist einfach nur überragend. Wir sind jetzt seit drei Jahren mal mit dran, dieses Ding zu gewinnen, irgendwie immer im Halbfinale, im Elfmeterschießen oder irgendwie sind wir immer ausgeschieden. Es war einfach mal die Zeit für uns, das Ding zu gewinnen. Die schwerste Hürde war Edersheim, muss man ganz klar sagen. Wir haben auch eine brutale Hallen-Mannschaft. Also für mich war es klar, dass einer von uns beiden jetzt das Ding heute gewinnen wird. Am Ende hatten wir vielleicht ein bisschen Glück im Elfmeterschießen, aber es gehört dazu, es haben wir uns erarbeitet und sind einfach nur glücklich, dass wir jetzt endlich mal gewonnen haben. Ja, war gut, natürlich. Hallenspielen kann er definitiv, das wussten wir ja vorher. Was du gefragt hast, vorhin mit der Integration ist doch kein Problem. Ich glaube, wir haben jetzt von den heute acht Spielern, waren glaube ich sechs mit zeitsamer Vorgeschichte, die schon zusammengekickt haben. Trainer auch, also von daher. Und dann ist es halt auch so, als guter Fußballer kannst du in jeder Mannschaft spielen. Das ist kein Problem, dich zu integrieren. Von daher habe ich mir da gar keinen Kopf gemacht. Sehr besonders. Also ich war oft als Zuschauer schon da und jetzt die Atmosphäre von unten zu erleben, das ganze Drumherum und allem und der gute Fußball noch dabei hat sehr viel Spaß gemacht und auch ein bisschen aufregend. Ja, ich weiß nicht, warum das jetzt in der Halle irgendwie besser läuft als die letzten Jahre. Ich bin eigentlich nicht so der Ego-Shooter-Spieler, ich spiele auch gerne mal meinen Ball ab, aber in den letzten, vorletzten Wochen Bruchköbel und Heusel lief es einfach überragend, aber nicht auch ein großes Lob an meine Mitspieler, der so Mitspieler hat. Meistens musst du die Dinger nur noch reinschieben und ja, den Titel nimmt man natürlich auch gerne mit. Ja, das Turnier war super wie immer, also es ist für jeden Spieler, glaube ich, immer eine Ehre, hier beim Offensivcup teilzunehmen und wirklich zu spielen vor so einer Kulisse. Es sind sehr, sehr viele hier, die schon mal gespielt haben, sehr, sehr viele Alteingesessenen, die immer wieder herkommen, die Organisation an sich sehr, sehr gut gemacht, wie immer, da ist man nichts anderes gewohnt und es ist einfach immer schön, hier beim Offensivcup zu sein. Ja, das ist eine gute Frage, ich weiß noch gar nicht, ich habe nämlich noch gar kein besprochen. Alle machen hier Bilder mit den Pokalen, das muss ich auch noch erst mal machen und dann schauen wir mal. Ich denke mal, wir gehen schon zusammen weg und werden es feiern. Ich meine, das gewinnt man nicht. Manche gewinnen es gar nicht, manche gewinnt es einmal im Leben. Es muss auf jeden Fall gefeiert werden zusammen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.